Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Shredder. Wir machen heute weiter. Und das große Final steht heute an. Gegen Champ Deelion. Auf Kipps. Ich muss sagen, wir sind nervös, bin ich schon. Schauen wir mal, kriegen wir schon irgendwie. Spürst du das? Der Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz hat den überkochenden Gefühlen und den Zuschauerringen. Ich liebe beides. Tu mich auch. Aber denk dran, dass sich alle Zuschauerringen im Stadion auf deiner Seite sind. Das war kaum so ein Kling. Aber manche von Ihnen wollen nichts mehr, als sich verlieren zu sehen. Der Gedanke darin ist furchtbar schlissen. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst, das Gesicht zu sehen, gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokemon sind schon gar unruhig in den Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. Es ist Champ Time. Ich bin die Leonard. Ich bin der Galerie-Region. Zusammen mit meinem Partner Glorak und meinen anderen Pokemon habe ich auch eine Menge an Wissen und Erfahrung angeholfen. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Moment mal, was zum... Da auf dem Bildschirm sieht man... Was ist das? Hallo, die Elene Kev. Ich habe sie eben die Finsternacht eingeleitet, um die Zukunftskala zu retten. Ja, das Thema, was wir da in dem Turm hatten. Aber leider wurden wir dabei gefährlich hohe Mengen in Energie freigesetzt. What the fuck? Es wäre nie so weit gekommen, weil du bloß auf mich gehörst, das Tierchen. Oh, oh, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Delia, Kev. Das war doch eben der Schadler von Claw City, oder? Was hat Wurst da eben getan? Ach, ich habe kein Plastenschimmer. Als ich gestern mit ihm geredet hatte, hat er völlig versessen von irgendeinem Problem erzählt. Das tausend Jahre in der Zukunft liegt. Ja, genau, das, was wir, wie gesagt, am Turm mitbekommen haben. Hat er einfach vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht, der Champ. Hätte ich gestern versucht, was besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich. Also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. Es ist Champ-Time. Ey, warte, die, 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 die du... Ah, wirklich so. Witten, dass er sich auf den Weg nach Claw City nur wieder verläuft. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich werde nicht mal stark genug, um mich zu besiegen, Kev. Äh, komm, ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment. Du hast mal die Finsenlatte eingeleitet. Stimmt's? Das ist doch dieses Zeichnis, das ist eine Legende, dass plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wir können nur sowas einleiten. Vorher kenne ich den Begriff vielleicht schon nochmal. Äh, von der Helden-Chateau? Ah ja, genau. Ich erinnere mich, Tanja hat was von der Helden-Chateau in Claw City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem des Schildes, die finden sie noch geendet sind. Was ist das? Aber ich sag mal, die sie zwei Pokémon suchen sollten. Ich zeig's mir, wo wir sie finden könnten. Äh, Schlimmerwald? Ah ja, genau. Schlimmerwald. Das Helden-Chateau-Pokémon, gegen die, dass du dort gekämpft hast. War in Wirklichkeit bestimmt ein von der beiden schlimmeren Pokémon. Also, worauf warten wir doch? Ich weiß nicht, aber Schlimmerwald finden wir Hilfe. Das Helden-Chateau-Pokémon. Huch, was macht ihr denn hier? Sag bloß, wie ich denke, wir das Schlimmerwald-Match sausen lassen. Was ist jetzt was Neues an hier? Liga-Bissan-Vorce hat das Turnier unterbrochen. Jetzt war schon riesiges Chaos. Was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich hoffe, es ist mir schon mal weiter, um meine Nachforschung anzustellen. Es ist völlig an mir vorbeigegangen. Entziehen Sie mir bitte noch. Ja, also, da wäre dieser schwarze Wirbel, der mit dem Klochstädtestadion erschienen ist. Wie erinnert der Brennlieger-Präsidentin gleich noch? Ach ja, die 14 Nacht. Es war ein heiliges Zustand, sage ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Der unser unverbarer Gem kriegt die Sache schon wieder in den Griff. Da bin ich mir ziemlich sicher. Halt, halt, halt. Pause. Haben Sie gerade 14 Nacht gesagt? So ist der schwarze Wirbel, der vor langer Zeit bei einer ganz Skala zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt ihr euch ausgerechnet hierher? Wir suchen aus Pokémon des Schwertes. Stimmt. Wenn ihr gerne stimmt, ist es dem Pokémon des Schwertes und ich würde es damals gelungen, die Fütze nachzummen zwingen. Das heißt, Sie können jetzt vielleicht dabei gehören, noch mal den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nimm das. Geht schon mal in die Schwertes. Ich kann so wahrscheinlich keine Nacht. Es gibt doch noch eine Sache, die ich vorher erklären muss. Halt, doppel lieber A. Wir haben jetzt einen Ruhigen oder so. Ich habe noch keinen wirklich eingesetzt. War auch nicht ganz einfach nicht nötig. Tu, was du tun musst, mein Junge. Du bist schließlich ein wahrscheinlichter Pokémon-Trainer. Kev, es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber das, wenn wir unsere Pokémon inzwischen viel stärker als damals, uns kriegt so schnell niemand klein. Wer zum Recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Volley zu finden. Und das nächste Kapitel in der Legende von Hopp. Ich bin auch wieder im Schlimmerwald. Los geht's. Ja, wir haben unterbrochen, dass wir nichtsmal nicht uns im Finale gegen die, die ihn sehen. So, nein. Ja, der gute Woche ist halt wieder mal ein bisschen Scheiße gebaut. Na gut, dann müssen wir das also wieder mal irgendwie gerade bieten. So, die Frage ist, wo geht's jetzt lang? Hier bleibt jetzt nicht alles übrig. Oh, ein Maritärin-Lied und was haben wir hier? Oh, ein Somnian. Das haben wir noch nicht gehabt. Mal gucken, ob ich die fangen kann. Level 45 sollte nicht das Problem sein. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile fast zu Level 70. Das sieht gut aus, das sieht perfekt aus und wir haben's geschafft. So, Martin, nehmen wir vorne als Somnian. Das nehmen wir mal mit. So, dann versuchen wir dieses Maritärin-Lied noch kurz zu empfangen. Die war in der Entwicklungsstufe von Sensex. So. Okay, auch Level 46. Nehmen wir mal mit. Ne, aber klar. Okay, dann müssen wir es auch noch anders probieren. Was ist das? Keine Ahnung, da Rie. Was ist das für eine Tacke? Komm, Martin, die warte ich ja so lieb. Okay, wir sind jetzt nicht mehr Pokémon, das weiß ich. Okay, alles. Dann nehmen wir das mal mit. Ne. Ich will zum Beispiel nicht gerne fangen. Weil wir den Eintrag brauchen. Ich glaube, wir sind mittlerweile überall um 150. Okay, 150 gefangen mit Pokémon. So, nehmen wir das mal. Ich brauche mal Knudeln. Ich tappen gut. So. Dann versuchen wir es nochmal zu fangen. Okay. Haben wir es geschafft. Okay. 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 So, ich muss mal gucken, wie viel wir wir mittlerweile haben. Wir haben jetzt mittlerweile 133. Und jetzt fehlen noch die ganzen Pokémon natürlich. Was ist das hier? Ist das hier? Okay. Ist das hier? Ja. 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 Ich bin da. Ja. So was nochmal Wutpulver Willst du mal aufhören jetzt? Okay So was nochmal Vielleicht nur den Pokéball anzuwerfen Oh dieses Madbo Oh dieses Madbo Ist gefangen Aktualisiert Madbo gehört auch mit dazu jetzt Das heißt noch Kramor Smogmog und ich weiß nicht was Doch gerade gesehen wurde Smogmog haben wir auch schon gefangen Wenn ich es richtig im Kopf habe Ich glaube wir haben eins Mittlerweile Ich bin mir fast sicher Nein wir haben keins Okay Habe ich jetzt nicht erwartet Also ich dachte mir Okay wir haben bestimmt eins Da auch irgendwo gefunden Smogon ja So mit Eisspär versuchen wir es mal zu schwächeln Damit ich ihn dann auch noch einsacken kann Oh ein Vortrag ist sogar noch dabei Ach leck mich doch am Satz Ich sag's nicht doch sehr schön Ich wollte dich fangen Das wäre nicht das letzte gewesen sein Ah da ist es doch schon Reaktionsgas Okay so was nochmal Toxin Ja Toxin ist ja nervig Definitiv So ich gucke wie ich das noch bei Top Genesung habe So fangen wir es mal ein Eins Zwei Drei Meins Dann haben wir das Wobrock aufgefangen So dann fehlt uns jetzt auch Kram Dann hätten wir so alle Halt Was war immer zu weit So dann müssen wir das weiter machen Müssen wir noch kurz mal in Top Genesung reinsetzen So wie gesagt Kram auf wen ist noch glaube ich Jetzt als einziges Pokémon Erstmal nehmen wir das Item hier oben mit Das ist ein Mental Kraut Okay ist noch ein Smogmog Smogmog Äh Smogmog Braucht man nicht Ich gehe davon aus dass es denn Hier oben weiter geht Da ist noch ein Item Rauchball Und da steht der gute Hopf Das gibt es doch nicht Der Hebel ist doch noch dichter als damals Und da Hier sind die beiden Liege daran Pokémon Das Pokémon des Schwertes und des Schildes Hey Robertin Wir brauchen auch Hilfe Anu Warum stehen die Resultaten los rum Was meinst du Die Pokémon des Schwertes und des Schildes Warnereben hier Hast du das jetzt noch nicht gesehen Es ist gerade in den Wald verschwunden Was fahrst du denn da Außer euch war ich hier weit und breit Niemand zu sehen Aber Was haben wir denn gesehen Schon wieder eine Vision oder was Das weiß ich leider auch nicht Aber ich habe jede Menge Bücher gewählt Darunter auch welche Die nicht aus Gala stammen In einem davon bin ich auf Endlich auf neue Informationen gestoßen Das Pokémon des Schwertes Heißt Sakian Und das Pokémon des Schildes Samazenta Dann gebe ich wohl die beiden Vor langer, langer Zeit Hinsatz des Stürmerwaldes geboren Verstehe Danke Sania Okay Wir sind die beiden Pokémon begegnet Selbst wenn es nur in einer Vision war Das heißt das Schwert Und das Schild Die sie bei sich führten Können auch nicht weit sein Dann gehe ich dem guten Hoffnung mal hinterher Da ist so eine Art Schrein Sieh dir das an Dieser Ort scheint eine unglaubliche Atmosphäre aus Wir sind der Legende definitiv auf der Spur Das Schwert und das Schild Sieh nur Das Schwert und das Schild Die Gän ist also wahr Hm Ich halte ein rostiges Schwert Dieses Schwert soll ein Held Einstmals großes Unheil abgewendet haben Rosse wird jetzt zwar in der Zeit Haben jedoch ihre Spuren hinterlassen Okay Dann nehme ich ein Schild Aber das Ding hat auch schon mal Bessere Tage gesehen Ob man damit wirklich die winzere Nacht Bezwingen kann Naja Zumindest das Glücksbringer Ist es gerade noch zu gebrauchen Die Pokémon der Schwert ist Und das Schild ist es hingegen Ich halte in einem tiefen Schlaf gefallen zu sein Sieht so aus Als hätten wir noch auf uns alle eingestellt Wenn wir denen helfen wollen Ja Und das machen wir dann in der nächsten Folge Liebe Leute Weil dann müssen wir nach Klaus City Zum Stadion Aber wie gesagt Das machen wir nicht heute mehr Wir sehen uns dann wieder Und ich freue mich Wenn ihr wieder einschalten würdet Bis dann Tschüss Tschüss